Jetzt zeige ich euch die Warengrunde, warum ich ein Kabel habe. Schau! Was ist denn hier? Ich hab's immer gelogen. Ich hab's immer gelogen. Ich hab's immer gelogen. Das ist da, ich hab's immer gelogen. Es geht nicht, das ist das. Okay, einmal probier's noch. Ich hab's immer gelogen. 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 Hauptsache S-Line schriftlich um 19 Zoll. Der Rest ist scheißegal. Boah. Ihr kennt das sicher auch alle. Das ist ein mehr fieke Facebook-Status-Seller. Statt du mit mir oder halt die Medien, weil ich weiß, was ich mein.